Heute stelle ich euch wieder ein paar interessante Krypto-News der vergangenen Tage vor und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Ihr wisst, dass es wie immer auf meinem Kanal hier keine Anlageberatung ist, es gilt wirklich lediglich der Unterhaltung und vielleicht für Bildungszwecke und damit gehen wir direkt ins Video rein. Wir starten direkt mit der ersten News, wieder eine Sport-News, ihr wisst, ich bin ein großer Sport-Fan und zwar gibt es in Amerika das American Football Team, die Denver Broncos und die stehen momentan zum Verkauf und da wird momentan eine DAO aufgebaut, das hatten wir ja schon im letzten Video unter anderem, was das ist, also eine dezentrale autonome Organisation, wo jeder daran sich beteiligen kann und die wollen tatsächlich dieses Team für 4 Milliarden Dollar kaufen. Das wäre dann auch tatsächlich das höchstbewertste DAO, was jemals existiert, aber das Projekt ist im Aufbau und es wäre natürlich extrem spannend, weil momentan ist ja nur Venture-Kapital möglich, so eine Teams zu kaufen oder wirklich großen Investoren. Von daher ist es hier natürlich ein super spannendes Thema, dass auch Fans sich daran beteiligen können und man eben einen ganz kleinen Anteil oder vielleicht auch einen großen Anteil an dieser Organisation, an diesem Football Team eben besitzen kann. Wir gucken uns gleich die nächste spannende News an und zwar gibt es in Mexiko Pläne, dass der Bitcoin als Legal Tender eingeführt wird, also analog zu dem, was wir aus El Salvador ja schon kennen. Und im Gegensatz zu El Salvador ist ja in Mexiko ein Riesenland, extrem viele Menschen, die dort wohnen und auch, ja, sag ich mal, um dort zu wohnen, ein bisschen attraktiveres Gebiet. Von daher ist es ein extrem spannender Zug, auch hier wieder die Ähnlichkeit zu El Salvador. Viele Mexikaner wohnen und arbeiten nun mal in Amerika und um dieses Geld eben hin und her zu schicken, macht es das natürlich extrem interessant. Das wäre natürlich eine große Entlastung für die Bevölkerung dort und wie gesagt, Mexiko als Land extrem attraktiv. Wir haben auch gleich noch eine spannende News zu El Salvador, aber das würde natürlich auch vielen Touristen ermöglichen, jetzt nicht irgendwie das Geld umzutauschen, was auch immer, sondern einfach, ja, nach Mexiko zu gehen und dann dort überall mit den Bitcoins, die wir sowieso schon besitzen, eben auch zu handeln. Letzte Woche hatten wir uns auch schon angeguckt gehabt, dass Metaversum hier wieder einige Großunternehmen, die ins Metaversum einsteigen wollen. In diesem Bericht wird vor allem auf SAP eingegangen, das kennen wir ja, deutsches Unternehmen, relativ interessant, haben jetzt noch nicht genau die Pläne kommuniziert, aber auf jeden Fall schon mal kommuniziert, dass sie da einsteigen wollen. Und auch Alibaba möchte dort einsteigen, also wir haben immer mehr Anwendungen, die da reinkommen, davon zeugt auch der nächste Artikel. Und zwar haben wir hier JP Morgan, amerikanische Großbank, die tatsächlich auch ins Metaversum schon eingestiegen ist. Es gibt da eine Launch, eine virtuelle Launch, wo man dann entsprechend auch beteiligen kann und es ist natürlich extrem spannend, dass diese Banken und diese ganzen Unternehmen das jetzt schon eben merken und da reingehen wollen, früh reingehen wollen, nicht diesen Trend verpassen wollen. Und wir sind da, sag ich mal, noch hinten dran als normale Bevölkerung. Es wird immer kommuniziert, ja, das ist alles schlecht und alles böse, was da passiert, aber die bereiten das jetzt schon alles so vor und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, möglicherweise reinzukommen in diesen Space und nicht den Großmächten da das Feld zu überlassen. Und wir haben, wie gesagt, jetzt noch die Möglichkeit, diese Vermögensumverteilung einfach zu erleben, aber wer weiß, wie lange dieses Fenster da noch offen ist. Und eben gerade hatte ich es schon angeschnitten gehabt, El Salvador, ja, und hier haben wir schon eine sehr spannende News. Im letzten Jahr 2021 sind die Erträge aus dem Tourismus um 30% gestiegen. Und das ist natürlich extrem spannend. Viele Leute kommen dorthin, um sich das anzugucken, aber natürlich auch viele Leute gehen dahin, um natürlich dann auch mit ihren Bitcoins zu bezahlen. Also das ist ein super spannender Case. Für mich wäre es auch eine super spannende Möglichkeit, dort mal hinzufahren. Das ist momentan natürlich mit Corona ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig. Ich bin ein bisschen vorsichtiger eher. Aber wenn sich das alles ein bisschen gelegt hat, kann ich mir das sehr gut vorstellen und finde ich wirklich ein sehr interessantes Experiment, ob man es da wirklich schaffen kann, überall mit Kryptowährungen bzw. mit Bitcoin zu bezahlen. Und hier haben wir wieder einen spannenden Artikel zu Portugal. Hatten wir letzte Woche auch schon vorgestellt mit der Taito-Familie, die dort eben ein Kryptodorf gründen wollen. Und was hier auch eben relativ spannend ist, es wird nochmal erwähnt, dass in Portugal eben das Mögliche ist, zum Beispiel auch seine Elektrizitätsrechnung mit Bitcoin zu bezahlen. Also super spannend. Aber es ist auch ein großer Anstieg von ATMs zu verzeichnen, wo man dann eben seine Euros oder welche andere Währung man auch hat, dann eben auch in Bitcoin umtauschen kann. Also es scheint da wirklich eine sehr fortschrittliche Gemeinde zu sein. Und der letzte Artikel hat natürlich einen etwas traurigen Hintergrund. Wir haben ja diesen Konflikt in der Ukraine momentan. Und hier wird auch eben verzeichnet, dass eine der größten Kryptobörsen in der Ukraine, das Handelsvolumen sich verdoppelt hat innerhalb von kürzester Zeit, ist natürlich relativ verständlich. Viele Leute probieren auch momentan aus dem Land rauszukommen. Die Währung verliert extrem an Wert und dann macht es ja nur Sinn, das in eine unabhängigere Währung umzutauschen, die Möglichkeit eben auch zu haben, ins Ausland zu transferieren. Und in Anbetracht der ganzen Tatsachen, die momentan passieren, also Sanktionen, egal von welcher Seite die jetzt kommen, Möglichkeiten nicht mehr in bestimmte Aktien zum Beispiel zu investieren, weil möglicherweise Ausschlüsse passieren, was auch immer da momentan geplant ist. Weil im Endeffekt am Ende des Tages sind wir ja alle irgendwo Menschen. Und diese Sanktionen auf hoher politischer Ebene, die schaden den Politikern jetzt am wenigsten. Das ist wirklich ein Schäden für die Leute. Und vor allem jetzt in den letzten Tagen ist mir einfach nochmal relativ klar geworden, eine wirklich unabhängige Möglichkeit, sein Geld einfach zu parken, anzulegen, damit Zinsen zu verdienen, was auch immer, ist tatsächlich aus meiner Sicht fast nur Bitcoin. Ja, prädestiniert auf jeden Fall dafür, weil es gibt keine Instanz, die das verbieten kann, der Zugang es jedem ermöglicht. Und egal, wo ich auf der Welt momentan bin, kann ich Bitcoins kaufen, kann ich sie umtauschen in entsprechende Landeswährung. Ich habe keine Kapitalflusskontrolle jetzt zum Beispiel an der Grenze, wo jetzt ankommen, oh, wie viel nimmt der denn jetzt mit? Ich habe einfach die Seed-Phrases, die ich mir vielleicht merke oder irgendwo klein aufgeschrieben habe, was auch immer. Und da muss ich nicht noch irgendwelche großen Goldklumpen oder sowas mitnehmen, weil das ist dann natürlich schon auffällig. Von daher ist es in dem Hinsicht so schade, wie die Lage da gerade ist und so leiden wir die Leute tun, die da fallen und auch familiäre Tragödien erleiden. Es ist ein ganz interessanter, soll jetzt nicht sich blöd anhören, aber ein ganz interessanter Fakt, dass hier wirklich eine Möglichkeit mittlerweile geliefert ist, dass man wirklich sein Vermögen irgendwie parken kann und da eben wirklich der Zugriff extrem erschwert wird für Obrigkeiten und man eben auch wirklich relativ flexibel damit auch reisen oder umziehen kann, was auch immer. Ja, dann würden mich auf jeden Fall eure Meinung zu diesen News in den Kommentaren interessieren. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo auf meinen Kanal da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Hier lasse ich euch noch meine Video-Empfehlung für euch einblenden und auch eine Playlist. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.